So, schönen guten Morgen zusammen. Ich begrüße Sie alle zur achten Übung im Fach Signale und Systeme. Heute wollen wir wie üblich mit einem kurzen Überblick über das beginnen, was wir bisher schon gemacht haben, mit einem kleinen Rückblick, werden dann uns heute den System zuwenden und in dem Rahmen ein bisschen mehr zu den Themen Impulsantwort, Stabilität, Kausalität und zur Zusammenschaltung von Systemen etwas vertiefen. Das wird im Rahmen der Aufgaben 8.1 und 8.2 passieren und zum Schluss wollen wir uns nochmal so eine Übersicht über die bisher durchgenommenen Vorgehensweisen für solche Systembetrachtungen einfach noch angucken. Gut, also zunächst nochmal, wo wir jetzt gerade stehen im Curriculum. Wir haben bei den Signalbeschreibungen die Fouillereie, die Fouilletransformationen und die Laplace-Transformationen kennengelernt, weil wir damit Signale in die Summe von komplexen Exponentialfunktionen zerlegen können, also ein Signal darstellen können als Summe solcher komplexer Exponentialfunktionen. Und jetzt in einer der letzten Veranstaltungen haben wir auch gesehen, warum diese komplexen Exponentialfunktionen so wichtig sind für uns, nämlich weil das die Eigenfunktionen aller linearen und zeitinvarianten Systeme sind. Wir haben dann auch schon begonnen mit Systembetrachtung. Wir haben also schon zu bestimmten Systemen und bei gegebenem Eingangssignal das Ausgangssignal berechnet oder auch mal zu einer gegebenen Kombination von Ein- und Ausgangssignal die Übertragungsfunktion, also die Systemeigenschaften berechnet. Und da wollen wir jetzt an der Stelle weitermachen. In der Übung 6 hatten wir schon damit begonnen, das Ausgangssignal für Eigenfunktionen zu berechnen. Wenn also als Eingangssignal eine Eigenfunktion, so eine komplexe Exponentialfunktion benutzt wird, was dann am Ausgang rauskommt, haben das Ganze auch mit der Laplace-Transformation berechnet, also für rechtseitige Funktionen. Wir können also jetzt sowohl für Eigenfunktionen als auch für rechtseitige Funktionen das Ausgangssignal eines linearen und zeitinvarianten Systems angeben, wenn wir eine Systembeschreibung vorliegen haben. Und in der Aufgabe 7, da haben wir dann eine solche Systembeschreibung selbst uns erarbeitet. Das ist die sogenannte Übertragungsfunktion. Die haben wir aus der Differenzialgleichung zum Beispiel ermittelt. Einmal mittels Eigenfunktionen und einmal mithilfe der Laplace-Transformation. Und als weiteren Punkt haben wir halt noch das Ausgangssignal unter Berücksichtigung von Anfangswerten kennengelernt. Wie werden das mithilfe der Laplace-Transformation eben auch berechnen kann. Gut, gucken wir uns das mal aus der Sicht der Systemtheorie an. Wir haben gesagt, wenn wir ein Eingangssignal und ein Ausgangssignal gegeben haben, die hier als Zeitfunktion dargestellt sind und wir haben eine Beschreibung des Systems dazwischen, dann können wir, oder sind wir bisher so vorgegangen, dass wir die beiden Zeitsignale in den Bildbereich transformiert haben, also mit der Laplace-Transformation in den Bildbereich gebracht haben und das Ganze dann mithilfe der Übertragungsfunktion verknüpft haben. Also da brauchen wir, um das Ausgangssignal eines solchen Systems zu bestimmen, mussten wir nur die Bildfunktion des Eingangssignals mit der Übertragungsfunktion multiplizieren, um da auf die Laplace-Transformation des Ausgangssignals zu kommen. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Wir hatten auch noch die Impulsantwort kennengelernt, die mit der Übertragungsfunktion korrespondiert. Wir können sie mittels Laplace-Rücktransformation aus der Übertragungsfunktion gewinnen oder aber als Grundantwort auf den Einheitsimpuls den Dirackstoß bestimmen. Damit sind wir dann in der Lage, das Ausgangssignal y von t rein im Zeitbereich zu berechnen. Der Grund, warum wir das nicht benutzt haben, um das Ausgangssignal zu berechnen, war, dass man nämlich das Eingangssignal mit der Impulsantwort falten muss. Das ist diese Faltungsoperation und die ist ja nicht gerade einfach auszurechnen. Gut, also was haben wir da gemacht? Wir haben die Übertragungsfunktion durch die Transformation der Differenzialgleichung und Rechnung bestimmt und wir haben das Ding mit Eigenfunktionen ausgetestet und so sind wir auch auf die Übertragungsfunktion gekommen. Man kann aber natürlich genauso auch die Impulsantwort transformieren und dementsprechend wollen wir uns heute ein bisschen mehr mit der Impulsantwort beschäftigen. Und da kommen wir direkt schon zur Aufgabe 8.1. Da ist die Input-Output-Beziehung eines solchen Systems durch so eine Gleichung hier gegeben und die erste Aufgabe ist jetzt, die Impulsantwort zu bestimmen. Impulsantwort heißt ja jetzt nichts anderes als Grundantwort auf den Einheitsimpuls. Der Einheitsimpuls ist im kontinuierlichen der Dirac-Stoß. Das heißt, wir müssen nur dafür sorgen, dass das System energiefrei ist zum Zeitpunkt T gleich 0, beziehungsweise wenn wir beginnen, das Signal einzuspeisen. Und wir nehmen einfach den Dirac-Stoß und setzen also jetzt hier das Eingangssignal, also das x1 von T, da setzen wir jetzt einfach den Dirac-Stoß ein. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Also die erste Aufgabe, die können wir vollständig so lösen. Das ist relativ einfach. Da braucht man keine komplizierten Integrale zu lösen. Man muss nur die Rechenregeln dieses Dirac-Stoßes kennen. Ja, also wir setzen einfach den Dirac-Stoß ein für x1 von T und da haben wir hier also jetzt den Dirac stehen. Der Dirac-Stoß hat eine schöne Eigenschaft. Das ist die sogenannte Ausblendeigenschaft. Und die gucken wir uns nochmal kurz an, was das bedeutet. Hier links sehen Sie so ein Konstrukt, wie wir es gerade hatten. Da wird eine Zeitfunktion mit einem, hier ist es sogar ein verschobener Dirac-Stoß multipliziert. Also wir haben hier auf der linken Seite das Produkt zweier Zeitfunktionen. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt, dass die eine von den beiden Zeitfunktionen degeneriert ist zu einer Konstanten. Da wird jetzt nur noch der Funktionswert an der Stelle multipliziert, an dem dieser Dirac-Stoß, der verschobene Dirac-Stoß, jetzt seinen Unendlichkeitswert hat. Sie wissen ja, der Dirac-Stoß, das war eine Verallgemeinerung einer Funktion. Die ist fast überall, besitzt die den Wert 0. Nur an der Stelle 0 besitzt die den Wert unendlich, so dass das Integral über den Dirac halt gerade 1 ist. Also der Dirac hat einen Flächeninhalt 1, aber diese Fläche ist konzentriert an der Stelle t gleich 0 untergebracht. Ja, und mit diesem Konstrukt, da ist ja immer so ein bisschen schwierig, das jetzt auszurechnen, weil man da den Grenzwert einer Funktionenfolge eigentlich berechnen muss. Ich möchte Ihnen hier heute halt die Angst nehmen, mit dem Dirac zu rechnen, weil man diese Grenzwertbildung nur in ganz seltenen Fällen durchführen muss. Sonst kann man sich sehr gut damit behelfen, die Regeln, die für diesen Dirac gelten, einfach auswendig zu kennen. Ja, und das ist hier so eine Regel. Wenn man sich jetzt mal auf der linken Seite einfach diese beiden Funktionen untereinander skizziert, dann würde ja das Produkt dieser beiden Funktionen bedeuten, wir müssen jeden Wert der einen Funktion, also für den Zeitpunkt t, mit dem Wert der zweiten Funktion ebenfalls für den Zeitpunkt t oder was dabei, wenn man das t einsetzt in dieses Argument, was dabei rauskommt. Wir haben immer zwei Werte, die wir miteinander multiplizieren müssen. Auf der linken Seite ist es aber so, dass dieser Dirac fast überall 0 ist. Das heißt, wir würden für ganz viele von diesen t immer nur mit einer 0 multiplizieren und wenn wir einen endlichen Wert mit 0 multiplizieren, kommt da natürlich 0 raus. Nur an der Stelle, da wo dieser Dirac unendlich wird, da multiplizieren wir nicht einen Funktionswert mit 0, sondern multiplizieren einen endlichen Wert mit dem Wert unendlich. Und das können wir vielleicht nicht so ganz leicht behandeln. Deshalb setzen wir an dieser Stelle einfach immer noch den Dirac ein. Ja, und das heißt hier, wir können statt unseren Dirac mit einer für beliebige, für t, also für beliebige t völlig unterschiedliche Werte aufweisende Funktion, können wir ersetzen durch die Multiplikation dieses Dirac mit einer Konstanten. Und da müssen wir natürlich die Konstante genau nehmen, die die Funktion f von t an der Stelle besitzt, wo der Dirac unendlich wird. Ja, und das ist hier nun mal die 2. Das heißt, wir setzen, wir dürfen an dieser Position, dürfen wir in die Funktion, in diese eine Funktion, die mit dem Dirac mal genommen wird, den Wert einsetzen, wo der Dirac zu unendlich wird. Und das ist eben hier die Stelle 2. Ja, und das vereinfacht natürlich die Sache ungemein. Wenn man auch mal daran denkt, wenn man jetzt die Laplace-Transformierte von so einem Ding ausrechnen müsste, hätte man hier das Produkt zweier Zeitfunktionen. Wir müssten im Bildbereich die Faltung der Bildfunktionen durchführen. Auf der rechten Seite haben wir nur eine Zeitfunktion, die multipliziert wird mit einer Konstanten. Multiplikation mit einer Konstanten können wir im Bildbereich ganz einfach durch die Multiplikation der Bildfunktion von hier hinten, dieser Zeitfunktion mit der gleichen Konstanten wie hier vorne, also mit f von 2 durchführen. Ja, Sie sehen also, diese Ausblendeigenschaft, die ist von unschätzbarem Wert für solche Berechnungen. Ja, so, jetzt gucken wir mal, was das hier bedeutet, diese Ausblendeigenschaft. Wir dürfen also für Tau, Tau ist hier die Zeitvariable bezüglich der Integration, wir dürfen also jetzt für Tau direkt mal den Wert, also in dem Rest, in der anderen Zeitfunktion, einfach den Wert 2 einsetzen. Ja, und das ist jetzt hier passiert, also für Tau ist jetzt hier der Wert 2 eingesetzt. Jetzt gucken wir scharf hin, was hier passiert ist in der Zwischenzeit. Dadurch, dass wir jetzt hier einen festen Wert eingesetzt haben, ist diese Funktion hier vorne unabhängig von der Integrationsvariablen und wir dürfen die vor das Integral ziehen. Ja, das heißt, wir dürfen das Ganze jetzt so aufschreiben und jetzt sehen wir, wir haben nur noch ein Integral von minus und endlich bis T, T ist ja die Variable von unserer Funktion hier, über den verschobenen Dirac. Und was da rauskommt, das können wir uns eigentlich recht gut so vorstellen. Wir betrachten dazu hier dieses Integral ausschließlich und sehen, dass hier die obere Grenze gerade der Funktionsvariablen unserer Impulsantwort entspricht. Das heißt, das T gibt an, bis wohin über den Dirac integriert werden soll. Und jetzt wissen wir alle, dass das Integral der Fläche unter der Kurve entspricht. Wenn wir außerdem noch wissen, dass der Flächeninhalt über den Dirac von minus und endlich bis plus und endlich gerade genau 1 ist und sich diese Fläche ausschließlich auf die Unendlichkeitsstelle konzentriert, dann können wir uns klar machen, dass so lange ich mit dem T links von dieser Unendlichkeitsstelle bleibe, die hier bei Tau gleich 2 eintritt, solange ich also mit T kleiner als 2 bleibe, ist die Fläche unter der Kurve 0. Sobald ich T größer wähle, ist die Fläche unter der Kurve 1. Und das kann man natürlich auch direkt mit Hilfe der Rechenregeln dieses Diracs sich klar machen. Also wenn man da genau aufgepasst hat, da steht das genauso drin. Man kann sich das aber, wie wir das gerade gemacht haben, auch sehr leicht herleiten. Man muss also gar nicht zu viel auswendig lernen an der Stelle. Ja, sodass also, wenn wir diese Funktion, die da rauskommt, betrachten, Integral von minus und endlich bis T über den Dirac, dass wir da automatisch die Sprungfunktion erhalten. Das steht so in den Regeln drin. Und das können wir uns, wie ich es gerade gezeigt habe, jederzeit immer wieder klar machen. Nur dann, wenn wir jetzt genau wissen wollen, wie das denn sich verhält mit dem Integral über den Dirac an der Stelle, an dieser Unendlichkeitsstelle, hier im vorliegenden Fall bei Tau gleich 2, dann müssen wir auf diese Grenzwertbetrachtung zurückgehen. Und da hatten wir uns ja einfach einen Impuls gebastelt, mit einer bestimmten Breite, der symmetrisch um diese Unendlichkeitsstelle verteilt war, also mit der Breite Epsilon. Wir hatten die Höhe von dem Impuls so eingestellt, dass der Flächeninhalt immer genau 1 entspricht. Und da haben wir dann die Breite von diesem Impuls gegen 0 laufen lassen, aber so, dass der Flächeninhalt 1 bleibt. Und dadurch ist ja überhaupt der Dirac unendlich groß geworden. Also der Wert an der Unendlichkeitsstelle ist eben unendlich. Und da kann man sich jetzt klar machen, wenn ich genau bei der Stelle hier im vorliegenden Fall Tau gleich 2 bin, dass ich dann gerade die Hälfte von diesem Impuls überstrichen habe. Also die Hälfte der Gesamtfläche unter der Kurve liegt. Und wie gesagt, das kann man sich jetzt hier einmal hier immer wieder klar machen. Auch das den Grenzwertübergang durchführen jetzt bei dieser Distribution geht im vorliegenden Fall auch mal. Ja, aber man muss zum Glück nicht immer damit rechnen. Man kann auch ganz einfach im vorliegenden Fall einfach wissen, dass das Integral von Minus und endlich bis T über den Dirac, dass das halt die Sprungfunktion ist. Und so wurde das Ganze ja auch eingeführt. Das heißt also, wir haben hier ohne groß mit Stammfunktionen und sonstigem Kram rumzurechnen, konnten wir hier das Ergebnis uns erschließen. Ja, das H1 von T, die Impulsantwort dieses gezeigten Systems, ist gegeben durch diesen Ausdruck hier unten. Schauen Sie sich ruhig nochmal die Rechenregeln für diesen Dirac an, was da alles rein spielt. Also hier hatten wir jetzt die Ausblendeigenschaft und das Integral über den Dirac. Aber Sie sehen, wir müssen hier nicht die Grenzwertbetrachtung, die bei der Herleitung dieser Distribution von Nöten war, die müssen wir hier gar nicht anwenden. Also eine Möglichkeit, die Impulsantwort zu erhalten, ist einfach einen Einheitsimpuls, den Dirac-Stoß, als Eingangssignal zu benutzen und anzugucken, was kommt denn dann raus. Gut, dann wenden wir uns der Aufgabe B zu. Da ist gefragt, ist denn das System streng stabil? Gut, zur Stabilität sollte man vielleicht an der Stelle schon sagen, wenn man in der Signalverarbeitung von Stabilität spricht, ist in der Regel die strenge Stabilität gemeint. Es gibt zusätzlich noch eine weitere Stabilität, Stabilität, die aber nicht die Bedeutung hat, die die Stabilität selbst hat. Deshalb kürzen wir manchmal den Begriff der strengen Stabilität mit dem Begriff der Stabilität ab. Also wenn Sie irgendwo mal lesen, das System ist stabil, dann können Sie immer davon ausgehen, dass es streng stabil ist. Der andere Begriff, das ist die sogenannte Grenzstabilität. Wenn ein System grenzstabil ist, dann ist das extra mit Grenzstabil gekennzeichnet. Also wenn das irgendwo steht, das System ist stabil, dann können Sie in der Regel davon ausgehen, dass gemeint ist, dass es streng stabil ist. Wir werden in der Prüfung natürlich auf sowas achten, aber es könnte ja mal sein, dass Sie irgendwo anders auf diesen Begriff stoßen. Gut, was ist überhaupt noch mal ein stabiles System? Nun, ein solches LTI-System ist streng stabil, wenn, da kann man zwei Kriterien anwenden. Entweder, wenn die Impulsantwort absolut integrierbar ist, also wenn man da einen Wert angeben kann für das Integral über den Betrag der Impulsantwort, oder zweite Möglichkeit ist, wenn es ein kausales System ist, dann, wenn alle Polstellen der Übertragungsfunktion in der linken P-Halbebene liegen. Ja, also zwei Kriterien. Das erste Kriterium über die Impulsantwort gilt für alle Systeme, für alle LTI-Systeme. Das zweite Kriterium gilt nur dann, wenn das System kausal ist. Aber das sind ja die meisten zu realisierenden Systeme, zumindest wenn wir als Variable die Zeit benutzen. Ja, also deshalb diese feine Unterscheidung hier nochmal. Anwenden wollen wir natürlich beide können. Und man kann, wenn man mit dem einen Kriterium vielleicht mal nicht weiterkommt, weil vielleicht das Integral der Impulsantwort, beziehungsweise des Betrags der Impulsantwort, wenn das gerade schwer zu bestimmen ist, dann kann man gut auf die Übertragungsfunktion ausweichen, auf den Bildbereich. Also, hier sehen wir jetzt die Impulsantwort. Nochmal, die hatten wir ja gerade ausgerechnet. Wir können uns das Ganze jetzt hier auch schon an der Impulsantwort klar machen. Wenn man das Ganze in einer Klausur zeigen möchte, dann würde man vielleicht gerne das Integral über den Betrag der Impulsantwort ausrechnen. Man kann es natürlich immer auch begründen. An dieser Stelle sieht man, die Impulsantwort entspricht einer abfallenden E-Funktion, die jetzt noch verschoben ist, aber so eine Verschiebung ändert ja nichts an dem Signal. Ja, wenn ich jetzt also über diese Impulsantwort, der Betrag ist immer positiv, also brauche ich die Betragsfunktion, brauche ich gar nicht ausrechnen, gar nicht groß zu berücksichtigen. Ich kann über eine abfallende E-Funktion integrieren, da kommt was Endliches raus. Mit dem Wissen kann ich hier schon sagen, dass dieses System auf jeden Fall streng stabil ist. Ja, weil das Integral über diese abfallende E-Funktion e hoch minus t, weil das Integral darüber in jedem Fall endlich ist, das existiert auf jeden Fall und so können wir sagen, dass das System streng stabil ist. Wir können das so begründen, wir können das Integral auch ausrechnen hier, wenn wir das wollen. Oder wir können über die Übertragungsfunktion gehen, den Bildbereich. Dazu müssten wir jetzt erst mal die Übertragungsfunktion ausrechnen und das sollen Sie jetzt zum Warmwerden direkt mal selber machen. Wir haben das ja jetzt oft genug selbst schon gemacht, schon selbst durchgeführt. Ja, also ich habe Ihnen die relevanten Rechenregeln beziehungsweise den relevanten Tabelleneintrag, den habe ich Ihnen hier rauskopiert aus der Formelsammlung und Sie sollen aus dieser Impulsantwort jetzt einfach mit Hilfe dieser beiden Regeln die Übertragungsfunktion ausrechnen. Dafür gebe ich Ihnen fünf Minuten Zeit. Pausieren Sie einfach das Video, dann haben Sie genug Zeit, selbst mal auszuprobieren, ob Sie das hinbekommen, denn nur so können Sie ja die Probleme erkennen, die bei so einer Aufgabe entstehen. Und anschließend können Sie dann weitermachen und das mit dem Ergebnis vergleichen. So, ich hoffe, Sie haben es alle geschafft. Das ist auch nur, um zu zeigen, dass das Schritte sind, die wir jederzeit von Ihnen erwarten. Sie müssen jederzeit in der Lage sein, eine solche Impulsantwort in den Bildbereich zu transformieren, vor allem, wenn es so einfach ist. Und Sie sollen sich daran gewöhnen, diese Tabelle zu benutzen, die Tabelle und die Rechenregeln. Gut, gucken wir mal, was da bei mir rausgekommen ist. Ich habe zunächst mal nur den Tabelleneintrag benutzt, also ein H1x von T ausgerechnet, wo es nur um die abfallende E-Funktion gehen soll. Hier steht ja immer in der Spalte das U von T dabei, also E hoch minus 1T mal U von T, Alpha ist also gleich 1. Dann ist das im Bildbereich 1 geteilt durch P plus Alpha mit Alpha gleich 1, also 1 geteilt durch P plus 1 für Realteil von P größer minus Alpha, also größer minus 1. Und da müssen wir dann noch die Verschiebungsregel drauf anwenden, die Zeitverschiebungsregel, da wir hier jetzt überall da, wo ein T auftaucht, ein T minus 2 stehen haben. Und die Regel besagt ja, in dem Fall müssen wir einfach nur die Bildfunktion mit E hoch minus 2P mal nehmen, wobei 2 die Verschiebung ist. Das heißt also, das H1 von P ergibt sich aus diesem Ausdruck hier. Da es ein kausales System ist, könnten wir auch ohne dieses Wissen hier, ohne hier hinten dieses angegebene Konvergenzgebiet, uns das Konvergenzgebiet erschließen. Hier ist es aber aus der Tabelle sauber mitentwickelt worden. Wir haben hier den Zusammenhang aus der Tabelle mit dem Konvergenzgebiet entnommen und das wird durch die Rechenregelverschiebung im Zeitbereich nicht verändert. Also kann man hier das Konvergenzgebiet auf zwei Arten bestimmen. Entweder man nimmt es sauber, zieht es sauber mit aus der Rechenregel oder man betrachtet es am Ende einfach nur den Ausdruck, der da steht. Das geht natürlich auch. Zumindest, wenn man weiß, dass es ein kausales System ist. Ja, aber wir können hier jetzt absehen, dass das das Konvergenzgebiet die imaginäre Achse mit einschließt und das bedeutet, dass das System streng stabil ist. Ja, also sobald unsere Übertragungsfunktion gültig ist für den Realteil von P, also für Sigma größer, gleich Null, also sowohl, wenn auch das Gleichheitszeichen mit dazugehört, dann ist das System streng stabil. Und das ist natürlich dann der Fall, wenn die Polstellen alle in der linken P-Halbebene liegen. also die Realteile der Polstellen alle kleiner als Null sind. Hier ist das, ist die Polstelle bei Minus 1, also deutlich in der linken P-Halbebene. Alles, was rechts davon ist, dafür gilt, diese Übertragungsfunktion überhaupt nur, das schließt die imaginäre Achse, also den Fall Sigma gleich Null mit ein und das ist ja immer das, was uns überhaupt interessiert. Also das, was bei einer realen Signalverarbeitung oder so von Interesse ist. Ja, also so können wir also hier auf zwei Arten die Stabilität untersuchen. Einerseits im Zeitbereich haben wir das anschaulich gemacht. Da wissen wir, eine abfallende E-Funktion besitzt eine endliche Fläche und haben deshalb gesagt, okay, da können wir mit dem Zeitbereichskriterium begründen, dass das System stabil ist. Hier haben wir es jetzt noch im Bildbereich gemacht. Wir haben gesagt, das System ist ja kausal und die Polstellen liegen alle in der linken P-Halbebene, also handelt es sich um ein stabiles System. Jetzt wird das System, dieses H1, auf besondere, bestimmte Art und Weise zusammengeschaltet mit anderen Systemen. Sie sehen hier einen Signalflussgrafen, der das grafisch wiedergibt, wie diese Systeme zusammengeschaltet sind. Da muss man vielleicht mal direkt mal sagen, dass diese Linien hier, dass das nicht wie in elektrischen Schaltungen irgendwelche realen Bauteile sind, sondern dass das hier einfach idealisierte Verbindungen sind, sodass diese Funktionswerte hier einfach weiterleiten. ohne Verzögerung, ohne irgendwelche Rückwirkungen, sodass man also sagen kann, dass hier immer das Signal x von t anliegt und auch an dieser Stelle liegt das Signal x von t an. Und wir sollen jetzt, also das gleiche gilt hier, also hier überall liegt das System, das Signal x von t gefaltet mit dem H1 von t an. H1 ist ja die Impulsantwort und wenn wir das Ausgangssignal von diesem System hier betrachten wollen, dann ist das ja das x von t gefaltet mit dieser Impulsantwort, das heißt, das liegt hier an, das liegt überall hier an, also nicht nur hier direkt am Ausgang, sondern auch hier an diesem Addierer und in diesem Addierer werden einfach zwei Signale zusammen addiert zu einem Signal y von t und hier haben wir auch noch zwei Systeme, die hintereinander geschaltet werden und das wollen wir uns jetzt mal Signale aussehen. Okay, Sie brauchen das ja auch nicht unbedingt mitschreiben, Sie kriegen das ja nachher im Video und die Musterlösung ist ja auch online verfügbar, also dann können Sie sich das ganze doch da auch angucken. Also, wir gucken das hier, gucken uns an, wie die Signale sich hier zusammensetzen und zwar dadurch, dass wir einfach an jeder Stelle, wo wir nicht direkt reingucken können, das einfach mit einem Hilfs-Signal bezeichnen. Wir könnten also sagen, das hier ist jetzt zum Beispiel ein F, da jetzt H schon für die Impulsantwort belegt ist, machen wir hier ein F draus, also aus den Hilfs-Signalen könnten das hier mit F1 kennzeichnen, das hier mit F2 und das hier mit F3. Sodass wir also für jeden Punkt in diesem System, für jedes Verbindungsstück hier eine Hilfs-Signale Funktion aufschreiben könnten. Ja, wir bezeichnen die nicht immer, also wir wollen uns das möglichst sparen, das so viel zu schreiben oder so viele Bezeichnungen zu haben, weil das bringt einen ja auch durcheinander, das wollen wir also nicht machen, aber wir wollen jetzt die Impulsantwort des Gesamtsystems dadurch erzeugen, dass wir vorne einen Einheitsimpuls reinschicken und dann die Grundantwort berechnen. Das heißt, also wir schicken für das x von t, da schicken wir einen Einheitsimpuls rein und gucken, was kommt hier hinten raus, also gucken, was haben wir dann hier für eine Funktion, was haben wir hier für eine Funktion, was haben wir hier für eine Funktion, hier haben wir dann die Summe dieser beiden Funktionen beziehungsweise Differenz, hier das Ding ist mit minus 1 mal genommen, das bedeutet dieses Minuszeichen hier wird also abgezogen von diesem Wert hier und so kommt hinten eine Gesamtimpulsantwort raus. Das wollen wir uns mal angucken, das ist nicht schwierig, muss man nur einmal gemacht haben und dazu nehmen wir einfach unser System hier, füttern am Eingang den Dirac-Stoß ein, dann wissen wir, kommt hinten die Gesamtimpulsantwort raus. Was wissen wir jetzt schon? Nun, H1 von T ist die Impulsantwort des Systems hier oben. Wenn wir also hier jetzt einen Impuls reinschicken, dann wird sich an diesem Punkt hier einfach die Impulsantwort ergeben. Das heißt, hier werden wir die Impulsantwort H1 von T sehen, wenn wir hier einen Dirac-Stoß reinschicken. Das ist ja gerade die Definition der Impulsantwort, dass wenn wir das System einzeln betrachten, hier einen Dirac reinschicken, kommt hinten die Impulsantwort raus und dann passiert das natürlich so auch, wenn wir das in einer Zusammenschaltung machen. Denn die Systeme sind alle rückwirkungsfrei. Wenn ich also hier in diesem System, wenn ich dieses System austausche, ändert das nichts an dem Signal, was hier anliegt. Damit ist es ein bisschen anders als in der Elektrotechnik. Wenn man in der Elektrotechnik sowas macht, also an eine Spannungsquelle jetzt unterschiedliche Systeme ranhängt, dann hat das auch Rückwirkungen auf die Spannung einer solchen Spannungsquelle, weil die Spannungsquelle einen Innenwiderstand hat. Dann ändert sich also auch das Signal an der Spannungsquelle schon. Das passiert hier nicht. Also dadurch, wenn wir jetzt hier ein anderes System einsetzen für dieses System mit der Impulsantwort H1 von T, dann würde sich das Eingangssignal in dem Fall nicht ändern. Das hat keine Auswirkungen auf das Eingangssignal und deshalb ist das mit der Signalverarbeitung ja auch so einfach, das auszurechnen. Also hier ergibt sich dann das Signal H1 von T. Muss man den zweiten Zweig angucken. Hier ist ebenfalls die Impulsantwort genannt, die besagt, wenn ich den Dirac-Stoß hier reinschicke, dann ergibt sich als Impulsantwort an dieser Stelle ein verschobener Dirac. Das heißt also, ich kann auch hier an dieser Stelle wieder ganz einfach die Impulsantwort, die dieses System hat, eintragen. Das wird sich genau so ergeben an dieser Stelle. Nebenbei bemerkt, kann man jetzt natürlich direkt sehen, was für ein System das hier ist. Das verzögert einfach nur das Eingangssignal, um 1. Aber das nur nebenbei. Wir haben also dieses Signal hier auch jetzt charakterisiert, können also das hier auch festlegen, als Dirac von T-1. Jetzt müssen wir gucken, was passiert denn jetzt mit diesem System hier. Jetzt schicken wir den, hier kommt hier kein Dirac mehr rein, sondern wir schicken einen verschobenen Dirac rein. Und das können wir sehr gut mit Hilfe der Zeitinvarianz, dieses Zeitinvarianz-Postulats abdecken. Denn wir wissen, wenn ein System zeitinvariant ist, und das sind ja unsere Systeme alle hier, dann wird sich aus einem zeitlich verschobenen Eingangssignal einfach nur das zeitlich verschobene Ausgangssignal ergeben. Also wenn ich weiß, wie ein Signal normalerweise, wie ein System normalerweise auf ein System reagiert, was für ein Ausgangssignal, was für eine Grundantwort sich auf ein Eingangssignal X ergibt, wenn ich das kenne, und ich dann dieses Signal X jetzt mal um eine Zeit T verzögert reinschicke, dann weiß ich, dass das Ausgangssignal ganz einfach nur ebenfalls um die Zeit T verzögert rauskommt. Ja, das sagt mir die Zeitinvarianz. Und das kann ich jetzt hier anwenden und kann sagen, na, wenn jetzt hier der Impuls um 1 verzögert hinten rauskommt, dann kommt natürlich hier an diesem Punkt auch diese Impulsantwort um 1 verzögert raus. Das heißt, an dieser Stelle habe ich jetzt die Funktion H1 von T minus 1. Also wenn ich hier diesen Signalabschnitt, wenn ich den bezeichnen sollte und definieren sollte, dann könnte ich den ganz einfach ausrechnen. Hier ist es H1 von T, das entspricht der Impulsantwort hier, hier ist es H1 von T minus 1. Das, was hier aus diesem System halt entsprechend rauskommt. Und ist damit natürlich die Gesamtimpulsantwort dieser beiden Systeme zusammen. Das kann man natürlich auch so sehen. Könnte sagen, okay, aus diesen beiden Impulsantworten könnte ich mir diese Gesamtimpulsantwort schon rauslesen. So, jetzt sind wir noch nicht am Ende. Jetzt haben wir hier noch diesen Addierer, wo dieses untere Signal noch mit minus 1 mal genommen werden soll. Und damit kann ich aber auch schon festlegen, was hier hinten rauskommt, dass das nämlich einfach H1 von T minus minus H1 von T minus 1 ist. Sie sehen, da ist jetzt nichts Schwieriges passiert. Man muss nur einmal verinnerlichen, dass diese Systeme rückwirkungsfrei sind, dass ich also ein Signal, was ich hier einspeise, dass das hier ohne Probleme aufgeteilt wird, nicht wie in der Elektrotechnik, wo dann auf einmal sich irgendwelche Spannungsverhältnisse ändern können oder so, wenn ich jetzt ein System austausche, das passiert hier nicht. Hier liegen einfach Funktionen an, Zahlenwerte und es sind hier und hier exakt die gleichen. So, und da ich jetzt aus dieser Gesamtimpulsantwort, da ich da natürlich über das H1 von T noch ein bisschen mehr weiß, die Impulsantwort hatten wir eben ausgerechnet, kann ich das Ganze auch einsetzen und kann also die in der Musterlösung gezeigte Lösung auch direkt hinschreiben. Zu e hoch minus t minus 2 u von t minus 2 das war einfach die Impulsantwort und dadurch, dass ich die verschobene Impulsantwort nochmal abziehen muss, erstet hier e hoch minus t minus 3 u von t minus 3 wir haben also auf recht einfache Weise jetzt hier die Impulsantwort ausgerechnet um die Impulsantwort zu bestimmen ist also immer eine Möglichkeit das verschaltete System zu benutzen und einfach als Eingangssignal x von t jetzt einen Dirac-Stoß einzugeben ja also das System wird ja wird durch die Impulsantwort beschrieben um die Impulsantwort zu erhalten muss ich nur die Grundantwort auf den Dirac-Stoß bestimmen ja und das kann ich jetzt hier mit habe ich jetzt hier mit gemacht also vom Prinzip her ist natürlich haben wir jetzt eine Beziehung hergestellt zwischen einem Aus- und einem Eingangssignal wenn ich aber diese Impulsantwort erhalten möchte muss ich nur sorgen dass es eine Grundantwort wird und als Eingangssignal den Dirac bemühen wenn man als Eingangssignal die Sprungfunktion nimmt kommt hinten die sogenannte Sprung Antwort raus ja also das ist dann die Antwort auf den Einheits Sprung wir haben zwei Testsignale jetzt in dieser Phase der System Theorie das ist einmal der Einheits Impuls und der Einheits Sprung und wir werden gleich sogar noch sehen wofür man denn dann den Sprung noch braucht wenn man doch schon den Impuls hat ja also aber vor allem kann man immer das eine schön in das andere umrechnen also der der sowie die die Sprung Funktion das Integral über die Impuls Funktion ist so ist auch die Sprung Antwort das Integral über die Impuls Antwort ja wenn ich also jetzt über diese Gesamt Impuls Antwort integrieren würde dann würde ich die Gesamtsprung Antwort erhalten an 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 Stelle scheint es sinnvoll noch mal eine Einordnung für diese Impuls Antwort auf der einen Seite und die Übertragungs Funktion auf der anderen Seite vorzunehmen die Impuls Antwort die wir mit dem Kleinbuchstaben H kennzeichnen ist ein echtes Zeitsignal ja und dieses Zeitsignal das entsteht dadurch dass wir die Grundantwort eines Systems auf den Einheitsimpuls den Dirac Stoß ermitteln ja also das ist das Ausgangssignal des Systems das entsteht wenn wir zum einen die Grundantwort ermitteln und dann als Eingangssignal den Dirac Stoß wählen dann kommt dieses Signal hinten als Ausgangssignal aus dem System raus das ist die Impulsantwort wie der Name schon sagt die Übertragungsfunktion die wir mit dem Großbuchstaben H kennzeichnen H von P die definiert das Übertragungsverhalten des Systems bezogen auf Eigenfunktionen Eigenfunktionen sind die komplexen Exponentialfunktionen die durch die Frequenz P das wieder in ein Sigma und ein Omega zerfällt oder zerlegt werden kann definiert es und die Übertragungsfunktion definiert jetzt für jede Frequenz P eine komplexe Zahl die angibt wie die entsprechend zugehörige Eigenfunktion E hoch P T durch das System im Betrag und in der Phase verändert wird ja wir wissen ja noch ich kann wenn ich eine Eigenfunktion habe kann ich den Einfluss des Systems auf dieses Signal durch eine Multiplikation mit einer komplexen Konstanten darstellen und diese komplexe Konstante ist die Übertragungsfunktion bezogen auf das P auf diese Frequenz der Eigenfunktion wenn ich also eine konkrete Eigenfunktion mit einem festgelegten P in das System reinschicke kann ich mit Hilfe der Übertragungsfunktion definieren dass das Ausgangssignal eben genau wieder die gleiche Exponentialfunktion am Ausgang ist multipliziert mit dem Wert H von P ja das definiert mir die Übertragungsfunktion und jetzt ist es mehr oder weniger überraschend dass wenn ich die Impulsantwort also dieses Zeitsignal was aus dem System dann rauskommt wenn ich die Impulsfunktion als Eingangssignal nehme wenn ich die jetzt Laplace transformiere dass da dann die Übertragungsfunktion rauskommt ich kann also die Impulsantwort in die Übertragungsfunktion umrechnen und andersherum auch die Übertragungsfunktion in die Impulsantwort also aus der Impulsantwort die Übertragungseigenschaften des Systems ermitteln und aus den Übertragungseigenschaften des Systems auch die Impulsantwort vorhersagen zu bemerken ist an der Stelle natürlich noch dass die Übertragungsfunktion ja ein Konvergenzgebiet besitzt und diese Korrespondenz zwischen Impulsantwort und Übertragungsfunktion natürlich nur innerhalb des Konvergenzgebietes existiert das heißt wenn ich ein P außerhalb des Konvergenzgebietes wähle da konvergiert das Laplace-Integral über diese Impulsantwort H von T dann eben nicht da existiert dieses Integral nicht das ist keine angebbare Zahl falls ich das P nicht aus dem Konvergenzgebiet wähle solange ich P aus dem Konvergenzgebiet wähle existiert diese Korrespondenz und ich kann eine Dinaplace-Transformierte von einer Impulsantwort angeben gut ja dann sind wir schon beim nächsten bei der nächsten Frage nämlich der Kausalität was war noch mal die Kausalität das kann man sich anschaulich eigentlich ganz gut klar machen Kausales System entfaltet erst dann eine Wirkung nachdem die Ursache eingetreten ist also wenn Sie mal das Schlagen einer Glocke oder so sich vorstellen dann wäre es schon seltsam wenn die Glocke anfangen würde zu schwingen noch bevor Sie mit dem Hämmerchen die Glocke überhaupt berührt haben das kann nicht passieren also Sie müssen zuerst mit dem Hammer gegen die Glocke schlagen dann erst anschließend kann ein Ton erklingen ja und das ist Kausalität während wenn der Ton schon vorher erklingen würde das wäre nicht Kausal ja und das kann man sehr leicht anhand der Impulsantwort natürlich ablesen ja wenn ich also meinen Impuls reinschicke und vorher ist schon was rausgekommen aus dem System das wäre sehr überraschend das kann eigentlich nicht dann die Wirkung auf meinen Impuls irgendwie gewesen sein ja und das wäre dann ein nicht kausales System wenn also die Impulsantwort schon für t kleiner 0 von 0 verschiedene Werte aufweist andersrum kausal ist es dann wenn die Impulsantwort nur für t größer 0 von 0 verschiedene Werte aufweist und da kann man im Umkehrschluss sagen das ist dann der Fall wenn die Impulsantwort 0 ist für t kleiner 0 Ja also wir können sehr leicht an der Impulsantwort ablesen ob unser System kausal ist wenn nämlich die Impulsantwort 0 ist für t kleiner 0 und das ist hier ja ganz offensichtlich der Fall wir multiplizieren Zeitfunktionen mit nach rechts verschobenen Sprungfunktionen das garantiert uns ja schon direkt dass die Impulsantwort 0 ist für t kleiner 0 die eine Sprungfunktion der eine Sprung passiert an der Stelle 2 der andere an der Stelle 3 also ist das Signal 0 für t kleiner 0 folglich ist das System kausal als nächster Punkt ist die Frage nach der strengen Stabilität des Gesamtsystems auch hier können wir wieder das Gleiche machen anschaulich schon uns erklären dass wir hier zwei endliche Funktionen haben also Funktionen die eine endliche Fläche besitzen und dass da dann auch die Fläche unter der Differenz dieser Funktion natürlich endlich sein dürfte wir können das Ganze aber natürlich auch im Bild Bereich entscheiden so wie wir das gerade eben gemacht haben und das sollen Sie jetzt noch mal selbst durchführen also selbst entscheiden dafür brauchen wir jetzt aber keine fünf Minuten sondern da reichen drei ja das ist ja schon hingeschrieben ich habe Ihnen hier auch noch mal die die Übertragungsfunktion für das ursprüngliche System hingeschrieben also die Laplace transformierte der ursprünglichen Impulsantwort H1 von T jetzt müssen Sie ja nur zu dem zweiten Term auch noch diese Übertragungsfunktion also den Bildbereich die Laplace transformierte bilden wenn Sie das eben richtig mitgemacht haben haben Sie hier auch keine Probleme ja und dann können Sie das wunderbar transformieren und auch hier wieder entscheiden so wie wir das eben gemacht haben also die Stabilität überprüfen also um die Stabilität zu überprüfen mussten alle Polstellen in der linken P-Halbebene liegen hier können Sie wieder gut das Video pausieren um das selbst zu rechnen und anschließend dann mit der Musterlösung vergleichen man kann jetzt hier diesen Term E hoch minus T minus 3 das ist natürlich dann statt der Verschiebung um 2 haben wir jetzt eine Verschiebung um 3 das heißt ich muss jetzt meine ursprüngliche Übertragungsfunktion kann ich natürlich auch so sehen nur noch mit E hoch minus P mal nehmen oder ich gehe von dieser Funktion hier oder von der ursprünglichen Funktion aus weiß noch dass ich hier durch die Verschiebung um 2 hier mit E hoch minus 2 P mal nehmen musste dann kann ich hier die bei der Verschiebung um 3 dann mit E hoch minus 3 P im Bildbereich mal nehmen man sieht die Polstellen ändern sich dadurch gar nicht ich kann das jetzt hier auch noch ausklammern habe ich 1 geteilt durch P plus 1 mal E hoch minus 2 P minus E hoch minus 3 P und an der Stelle habe ich natürlich wieder die gleichen Polstellen wie eben die einzige Polstelle ist bei P unendlich gleich minus 1 die liegt in der linken P-Halbebene folglich ist das System streng stabil gut dann wollen wir weiter gucken was es noch gibt jetzt geht es um die Realisierung eines solchen Systems also wir haben ja jetzt eine Impulsantwort uns erarbeitet mit einer Übertragungsfunktion und jetzt wollen wir das System mal mit Hilfe von Differenziator Verzögerungselement und Addierer realisieren ja und das ist jetzt natürlich ein bisschen kniffliger jetzt müssen wir vielleicht auf den zunächst mal auf die Herleitung der Übertragungsfunktion was wir ja bei der Stabilität eben mal gemacht haben die nehmen wir uns zur Hilfe da haben wir denn die solche Verschiebungen oder solche Rechenregeln die sind meistens als direkt als einen Block von so einem Signalflussgrafen realisierbar hier die Verschiebung im Zeitbereich zum Beispiel den Block haben wir eben schon kennengelernt den Verschiebungsoperator zeitlichen Verschiebungsoperator oder Zeitverzögerungsoperator ja da wird dann einfach in den Block ein T0 für diese zeitliche Verschiebung reingeschrieben und dann weiß man okay es handelt sich um eine zeitliche Verschiebung ja also das ist nicht das Problem und um dann uns dem Problem zu nähern gehen wir dann eben auf die Übertragungsfunktion ohne diese zeitliche Verschiebung zurück ja wir betrachten also nur diesen Ausdruck hier wir betrachten nur diesen Ausdruck an dieser Stelle und entwickeln den jetzt versuchen mal diesen Ausdruck diesen Teil der Übertragungsfunktion diese Teilübertragungsfunktion H1x von P die versuchen wir mal mithilfe der genannten Operationen zu realisieren ja also das hier war ein Zwischenschritt den wir dabei machen mussten bei der Herleitung der Übertragungsfunktion und die versuchen wir jetzt wie gesagt zu realisieren um aber Probleme mit der Rechtseitigkeit der Laplace-Transformation zu vermeiden ja sie erinnern sich wenn wir mit der mit dem Ableitungsoperator gearbeitet haben dann mussten wir bei der Laplace-Transformation immer so einen Anfangswert berücksichtigen und solche Informationen haben wir jetzt hier nicht um so etwas zu vermeiden kann man einen Trick machen nämlich auf die Fourier-Transformation übergehen die macht vom Prinzip ja genau das gleiche ja nur die Fourier-Transformation die behandelt solche Signale die für alle Zeiten T definiert sind also die wir nicht zu Null definieren für bestimmte Zeiten ja das heißt wir können im vorliegenden Fall gehört ja die imaginäre Achse mit zum Konvergenzgebiet des Systems und wir dürfen das Ganze folglich auch in der Fourier-Transformations Art beschreiben wir dürfen also Sigma hier gleich Null setzen und erhalten dann H von J Omega und dann in dem H von J Omega in den Rechenregeln der Fourier-Transformation da sind diese Anfangswerte eben nicht enthalten weil die Fourier-Transformation und diese ganzen Rechenregeln immer für alle Zeiten T gelten aufgestellt sind bei der einseitigen Laplace-Transformation können wir ja nur rechtseitige Funktionen betrachten bei der Fourier-Transformation kriegen wir das auch mit anderen Funktionen hin also deshalb hier die Möglichkeit um sich irgendwie langwierige Begründungen zu sparen die man mit denen man das Ganze auch begründen kann gehen wir an der Stelle sinnvollerweise über auf die Fourier-Transformation und rechnen hier mit den Regeln der Fourier-Transformation weiter ja das heißt also wir ersetzen hier das P einfach durch ein J-Omega das dürfen wir weil Sigma gleich 0 mit zum Konvergenzgebiet gehört das steht hier hinten Sigma muss größer also die Übertragungsfunktion ist gültig für Sigma größer minus 1 0 ist größer als minus 1 also gehört es mit zum Konvergenzgebiet und wir dürfen die Fourier-Transformierte durch Einsetzen von Sigma gleich 0 in die Laplace-Übertragungsfunktion direkt erhalten wir erhalten das direkt durch Einsetzen von Sigma gleich 0 in die Laplace-Übertragungsfunktion so und damit können wir jetzt den Weg der Erstellung wir haben ja schon mal die Übertragungsfunktion aus der Differenzialgleichung uns hergeleitet ja und den Weg den wollen wir jetzt rückwärts beschreiten wir wollen also die gleichen Schritte die wir beim letzten Mal gemacht haben um aus der Differenzialgleichung die Übertragungsfunktion zu bestimmen den wollen wir jetzt rückwärts gehen diesen Weg ja und das habe ich Ihnen hier schon mal aufgemalt wie wir ja die Übertragungsfunktion gefunden haben das hier ist die Übertragungsfunktion und die ergibt sich ja wenn wir das hier einsetzen das ist ja der Term der sich ergibt wenn ich x und y zueinander in Beziehung setze und das klappt auch wenn ich hier statt der Laplace-Transformierten die Fourier-Transformierte benutze ja also die die Ausdrucksweise ist die gleiche und ich muss jetzt nur das wieder so hinschreiben dass man hier im Fourier-Bereich mit Hilfe dieser Zeitdifferenziationsregel Sie sehen hier haben wir irgendwelche j-Omegas drin das was dann mit einer mit einer mit einem Ableitungsoperator korrespondiert und so können wir dann aus dieser Übertragungsfunktion uns eine Differenzialgleichung entwickeln und das sollen Sie jetzt mal wieder selber machen also Sie müssen jetzt nochmal zurückdenken nochmal Revue passieren lassen was haben wir gemacht um aus der Differenzialgleichung eine Übertragungsfunktion zu machen und zwar mit Hilfe der Laplace-Transformation wir gehen diesen Weg ja den Weg gehen wir jetzt zurück allerdings gehen wir den Weg zurück mit der Fourier-Transformation ja also wir entwickeln jetzt das genauso zurück dass wir wieder eine Gleichung haben wo rechts und links y und x stehen jeweils in Abhängigkeit von j Omega da muss irgendwas mit einem j Omega mal genommen werden dann haben wir vielleicht noch irgendwelche Konstanten und dann steht da nachher eine Gleichung y von j Omega mal vielleicht irgendwie j Omega und dann steht das nochmal ohne irgendwas da und dann steht nochmal das x da vielleicht auch das x nochmal mit einem j Omega mal genommen und dann sehen wir okay überall da wo ein j Omega bei einer solchen Frequenzfunktion steht da muss ich dann wenn ich es zurücktransformiere in den Zeitbereich einen Differenzialoperator einbauen und so können wir dann tatsächlich aus der Übertragungsfunktion eine Differenzialgleichung entwickeln ja und das sollen sie mal machen in den nächsten fünf Minuten das ist jetzt wieder ein guter Zeitpunkt die Video Wiedergabe zu pausieren und die Aufgabe selbst zu berechnen denn nur wenn sie das selbst ausrechnen erfassen sie alle relevanten Probleme ja also was müssen wir machen wenn wir hier von diesem Ding ausgehen von dieser Gleichung wir hatten als letztes immer durch irgendwie so einen Term geteilt das heißt wir müssen jetzt auf beiden Seiten mit diesem Term hier multiplizieren dadurch kommen wir auf diesen Ausdruck hier und wenn wir das Ganze jetzt hier noch ein bisschen verteilen und ausmultiplizieren dann haben wir diese Gleichung da stehen wir sehen jetzt nur bei diesem Y hier steht ein J Omega also nur da müssen wir hier diesen Differenzial Operator einsetzen bei den anderen beiden wenn wir die transformieren wenn wir diese Gleichung transformieren kommen wir auf dieses hier und bei der Transformation passiert hier nichts besonderes die Koeffizienten die hier vorstehen die sind alle eins deshalb ist das vielleicht auch nicht ganz so aussagekräftig an der Stelle aber es geht ja auch darum mal zu zeigen was passiert wenn man hier so einen Ableitungs Operator einbaut oder wenn man das jetzt noch umformen möchte würde man das vielleicht hier Y1 von T ist gleich schreiben und dann kann man mit dieser Differenzialgleichung das ist ja jetzt quasi so ein Differenzialgleichung wie man das kennt um so ein System zu beschreiben oder wie man das braucht um einen Signalflussgrafen zu basteln das Y ist dann das Ausgangssignal wir haben hier ein Eingangssignal und hier ein von dem Ausgangssignal abgeleitetes Signal einfach durch einen Differenzialoperator das heißt wir können das wenn wir jetzt dafür einen Signalflussgrafen hinschreiben wollen dann können wir das Ganze so machen wir malen uns hier einfach das X und das Y hin und malen dann einfach Verbindungen beginnen sie einfach mit einem X und einem Y was ihr wild irgendwo auf ihr Blatt schreiben können und dann brauchen sie nur für jeden Term hier eine Verbindung zu ziehen das ist ja das Ausgangssignal dafür brauchen sie keine Verbindung zu ziehen das haben sie ja hier benannt und den Rest den stellt diese Gleichung dar und das ergibt sich hier halt als X von 1X von T das ist das was hier reingeht davon soll ja das Y da können sie einfach einen Strich von hier malen über den Ableitungsoperator führen das wird da abgezogen dafür brauchen wir den Addierer mit einem Minuszeichen hier an dem Eingangspfeil und schon haben wir unser System was genau diese Differenzialgleichung realisiert also dieser Signalflussgraf realisiert jetzt diese Impulsantwort hier was zu dieser Übertragungsfunktion gehört wir können auch hier wieder sehen dass wir hier auch wieder eine Polstelle bei Minus1 haben das System also streng stabil ist jetzt haben wir ja auch erst mal nur die Übertragungsfunktion zurückentwickelt in eine Differenzialgleichung das System besitzt aber ja noch weitere Komponenten um auf diese Impulsantwort H1 von T zu kommen wir hatten ja jetzt hier nur den ersten Schritt hatten wir ja nur betrachtet wir müssen den zweiten Schritt noch betrachten und da ist die zeitliche Verschiebung drin naja und eine zeitliche Verschiebung kann man halt durch einen einfachen Verschiebungsoperator realisieren das heißt also hinter unser System packen wir einfach einen Verschiebungsoperator mit der zeitlichen Verschiebung um 2 in der Regel steht dann hier nur das Groß T drin und irgendwo anders ist dann angegeben T gleich 2 hier habe ich beides in den gleichen Kasten reingeschrieben ich hoffe das verwirrt sie jetzt nicht hier ja aber das wäre jetzt die der Signalflussgraf für ein System welches durch die Impulsantwort H1 von T definiert wird an der Stelle wollen wir uns jetzt mal die Zeit nehmen mit Simulink das dieses Ding nachzubauen Sie haben als nächste Simulink also für heute war ja die Simulink Aufgabe mal dieses Tutorial durchzuarbeiten was man mit Simulink machen kann die nächste Simulink Aufgabe ist dann das System aus der Aufgabe 8.1 also was wir gerade entwickelt haben das mal mit Hilfe von Simulink zu simulieren ja also dieses Simulink das ist ja so ein grafisches Tool um das um solche Signalfluss grafen zu realisieren und mit Hilfe dieser Aufgabe sollen sie einfach das was sie in was wir jetzt hier ausgerechnet haben einfach mal in Simulink nachvollziehen ja dafür werden wir jetzt die nächste viertel Stunde brauchen und jetzt sehe ich hier schon ich habe schon das Simulink gestartet wenn man das weiterzieht sieht man hier diesen Simulink Button wenn man da drauf drückt öffnet sich dieses Bild hier und wenn man jetzt da drauf klickt dann kann man so ein ein einfaches Blatt quasi erzeugen auf dem man jetzt seinen Signalfluss grafen basteln kann man muss jetzt die Komponenten nicht selbst neu erfinden sondern hat einen sogenannten Library Browser zur Verfügung wo schon ganz viele unterschiedliche Komponenten abgelegt sind und da wir uns hier im kontinuierlichen Bereich befinden werden wir viele von diesen kontinuierlichen Systemen Komponenten gebrauchen zum Beispiel hier oben die Ableitung können wir nehmen und wir können das Transport Delay als Verzögerung benutzen was brauchen wir noch dann gibt es hier leider keinen Addierer der ist hier bei den Commonly Use Blocks da kann man hier also einen Addierer einfügen und was man hier noch gebrauchen kann ist das Scope mit dem kann man sich Signale schön zeichnen lassen und dann brauchen wir noch eine Source ich nehme da gerne den Signal Builder ja der gibt dann eine Funktion irgendwie aus dass diesen Ableitungsoperator den müssen wir jetzt hier noch rumdrehen um auf unser jetzt haben wir den gerade nicht mehr da ich mache das mal so ja jetzt haben wir hier also hier das soll unser X1 unser Signal X werden hier ist unser unser Addierer dann haben wir da hinten eine Verzögerungsleitung das Ganze soll irgendwie auf Scope ausgegeben werden und hier haben wir einen Ableitungsoperator und jetzt brauchen wir nur noch die Signale miteinander verbinden hopps und das können Sie jetzt ruhig mal auch schon mitmachen wenn Sie das wollen dann können Sie nämlich sehen was da passiert ich mache das hier mal weg ist nur so eine Information ja das wäre also hier das System hier müsste ich noch angeben wie groß das Delay ist durch Doppelklicken auf diese Blöcke öffnet man immer so ein Menü und da kann man dann reinschreiben was man da haben möchte ich habe jetzt die Verzögerung um 2 angegeben hier wird einfach die Ableitung realisiert jetzt müssten wir hier noch unser Signal reingeben das müssen wir jetzt modellieren und da fangen natürlich die Schwierigkeiten schon an wenn wir jetzt hier mal die Impulsantwort irgendwie uns ausgeben lassen wollen dann müssten wir ja einen unendlich hohen unendlich schmalen Impuls basteln mit dem Flächeninhalt 1 und das kann uns natürlich nicht gelingen das kann nur näherungsweise funktionieren deshalb kann man ja hier mal jetzt einen Impuls basteln der wenigstens den Flächeninhalt 1 hat bei mir geht er jetzt von 1 bis 2 Höhe 1 dann ist sichergestellt dass die Fläche darunter 1 ist und wir gucken einfach mal was denn da jetzt raus kommt um das Ding ablaufen zu lassen muss man nur hier oben auf diesen Run Knopf drücken vielleicht hätte ich vorher noch öffnen sollen aber das Interessante ist auch wird auch hier dargestellt da ist es da ist das Diagnostik Window kommt jetzt bei mir da ist also irgendwo ein Fehler passiert und jetzt sind hier irgendwelche schwierigen Probleme aufgetreten da fragt man sich ja warum wir haben doch hier ein einfaches System was uns da in der Veranstaltung präsentiert wird das kann doch jetzt nicht so ein schwieriges System sein dass das hier mit Matlab gar nicht bearbeitbar ist ja und da muss man sagen da erkennt man jetzt mal die Probleme die Matlab so hat Matlab ist natürlich ein Programm was auf diskreten Werten arbeitet das kann in seiner Komplexität realisieren also kein kontinuierliches Signal wirklich realisieren sondern es kann mit diskreten Werten arbeiten so und was macht Matlab da Matlab muss versuchen die Werte die zwischen zwei Abtast Zeitpunkten passieren muss es versuchen zu interpolieren es muss also es kann also gehen sondern muss auch noch untersuchen ob vielleicht in der Zwischenzeit irgendwas Schlimmes mit dem Signal passiert ja und das muss alles also das wird dann durch sogenannte Solver in Matlab realisiert das heißt also Matlab denkt von sich aus immer in kontinuierlichen Signalen benötigt dazu aber bestimmte mathematische Verfahren um das auch zu können ja und bei so einfachen Sachen die wir hier benutzen scheint jetzt dieser standardmäßig eingebaute Lösungsansatz der scheint da Probleme zu bekommen ja ich möchte gar nicht so tief mit ihnen einsteigen dass man da jedes beliebige kontinuierliche System jetzt mit realisieren kann mit Matlab das würde nämlich am Thema der Veranstaltung komplett vorbeigehen sondern ich wollte sie nur auf dieses Problem hinweisen dass also wenn wir mit Matlab arbeiten und kontinuierliche Systeme betrachten dass man dann immer im Hinterkopf haben muss dass eventuell das was Matlab da ausgibt dass das eventuell nicht stimmt ja das ist bei den diskreten Systemen anders die wir später mal haben aber bei den kontinuierlichen Systemen ist es leider so dass man sich nicht immer auf das verlassen kann was Matlab einem ausgibt deshalb mache ich auch nur wenig da in Matlab aber hier wird zum Glück die Option fix angeboten und dann kann man das Ganze einfach mal schließen und noch mal ausprobieren worauf man jetzt denn kommt ich wollte hier die das Scope schon öffnen das öffnet sich natürlich bei mir so und dann kann man mal ausprobieren was jetzt hier passiert und sie sehen jetzt schon aha an der Stelle da haut uns das Signal ab das ist hier das wenn das so abhaut wenn das so unheimlich groß wird und ich kann hier auch noch die Zeit ändern ich kann mir hier auch noch eintragen dass das jetzt mal nicht bis 10 sondern bis 100 simulieren soll ja dann sieht man das geht aber es klappt schon aber es wird sehr groß 10 hoch 13 das ist jetzt nicht sehr schön dass das so passiert vermutlich funktioniert das auch nur deshalb weil da irgendwelche Fehler zwischendurch noch gemacht werden von dem MATLAB ich habe nämlich gesehen ich habe hier in dem Addierer da habe ich auch noch einen Fehler eingebaut das wird jetzt da sind zwei Plus Zeichen ich muss ja eins abziehen ja denn auch wenn ich in meinem original Signal hier nicht da was addieren würde ob das jetzt wirklich so ein großes Problem darstellen würde und ob das zu dem Signal führen würde kann ich jetzt noch nicht mal sagen wage ich zu bezweifeln ja aber wenn man das Ganze jetzt so anguckt und jetzt gehen wir mal hier vielleicht lieber wieder zurück auf 10 man sonst ja gar nichts mehr sieht das sieht man jetzt hier dass das nach einem bestimmten Ansteigen dass man hier tatsächlich einen exponentiellen Abfall hat aber wenn man vergleicht mit der Impulsantwort die wir eigentlich erwarten würden doch da links steht es hier e hoch minus t minus 2 das ist ja nur dass es bei 2 anfangen soll und ich habe das Ganze ja um 1 noch mal verschoben jetzt habe ich das gerade zugemacht das hier ich habe das ja ich beginne ja mit meinem Impuls bei der 1 das heißt das kann also das wird also um 1 noch mal verschoben ausgegeben sodass es nicht bei 2 sondern erst bei 3 die Impulsantwort beginnt und dann steigt das hier erstmal nochmal an also das ist jetzt sicherlich nicht richtig es zeigt aber vom Prinzip die Tendenz ja und wenn ich jetzt etwas schöneres haben will dann kann ich natürlich hier diesen Impuls einfach auch schmaler machen und mal gucken was dabei dann rauskommt und da sieht man dann aha dann wird auch hier der Übergang deutlich steiler und ich habe hier tatsächlich eine abfallende E-Funktion ja also man kann das jetzt an dieser Stelle nur oder eher qualitativ als quantitativ feststellen man sollte sich dann nicht unbedingt darauf verlassen man kann jetzt aber wenn man vorher schon das richtige ausgerechnet hat kann man sehen mit dem MATLAB da kommt ungefähr auch das gleiche raus ja und das können Sie ja selbst auch mal so ein bisschen mit rumspielen also das mal nachvollziehen wir haben jetzt gerade noch fünf Minuten Zeit ja dass sie das selber alle mal machen ich kann an der Stelle aber auch direkt noch einen Trick angeben der möglich ist wir waren eben schon mal gekommen darauf dass es nicht nur die Impulsantwort gibt sondern dass es auch noch eine Sprungantwort gibt die Sprungantwort den Sprung den können man natürlich hier viel leichter realisieren an dieser Stelle das heißt also in dem Signal 1 was hier dargestellt ist die Sprungfunktion zu basteln das wäre nicht das Thema da würden wir zum Zeitpunkt t gleich 1 würden wir einfach auf 1 wechseln und dann das Signal weiter laufen lassen also gucken wir mal an was wir machen müssen dann wenn wir jetzt hier den Sprung statt dem Impuls reingeben dann haben wir an dieser Stelle die Sprungantwort und von der Sprungantwort kommen wir durch Ableiten wieder zur Impulsantwort wenn ich dann also diesen Ableitungsoperator hier kopiere und dazwischen packe dann kann ich mir über die Sprungantwort halt auch die Impulsantwort visualisieren und wenn man das jetzt mal macht ups da ist irgendwie irgendwas ganz anderes achso ja hier ist der ich hab das hier nicht ich hab nicht wie versprochen den auf 1 gesetzt sondern muss den natürlich hier auf 1 setzen so und jetzt sieht man dass tatsächlich das jetzt viel besser funktioniert hier sieht man es klappt immer noch nicht hundertprozentig da kann man so ungefähr ablesen wie wo MATLAB jetzt irgendwelche Abtastpunkte eingebaut hat ja aber es ist es funktioniert halt jetzt deutlich besser man muss sich nicht mehr überlegen wo muss ich denn jetzt wie kann ich mir denn jetzt meinen Impuls einen unendlich hohen Impuls mit dem Flächeninhalt 1 basteln ja also dadurch dass ich die Sprungantwort nehme bekomme ich jetzt ohne dass ich hier jetzt mit Impuls irgendwie basteln bekomme ich ein Ergebnis was auch mit der Impulsantwort vom Prinzip übereinstimmt allerdings kann man sich auch darauf nicht hundertprozentig verlassen eigentlich müsste das hier schon bei der 3 mit einem von 0 verschiedenen Wert beginnen hier ist der Wert immer noch 0 also da ist auch irgendeine MATLAB Besonderheit mit eingebaut ja und jetzt probieren Sie doch einfach mal so ein bisschen das MATLAB zu benutzen bei sich so viel Zeit haben wir ja nicht mehr aber jetzt so 2 3 Minuten sollten wir jedem Punkt den Signalverlauf klar machen also das ist ganz hilfreich um erstmal zu verstehen wie arbeitet denn so ein System mit so Signalfluss Graphen gut also wenn ich beantworte gerne Fragen in der Zwischenzeit und Sie sollten jetzt mal versuchen zumindest diese einfache Variante schon auszurechnen wie gesagt das ist die Aufgabe für das nächste Mal das auch mit der Gesamtimpulsantwort also dem Gesamtsystem da mal sich anzugucken das hatten wir ja da hatten wir die Impulsantwort auch ausgerechnet und das müsste man ja hier jetzt auch nachbauen können insbesondere wenn Sie das mit der Sprungantwort machen wenn Sie den Trick mit dem Sprung machen dann muss das ja auch gehen gut gehen wir mal hier wieder zum zu der zweiten Aufgabe über das ist also die Aufgabe 8.2 die ist relativ einfach jetzt also gegeben ist da ein Block Schalt Bild von so einem System das besteht aus einem Integrator und einem Verzögerungsglied hier ist noch gegeben dass das x von t gleich 0 ist für t kleiner 0 und gesucht ist jetzt zunächst mal die Grundantwort y von t als Funktion des Eingangssignals x von t wir wollen also jetzt so eine Gleichung aufstellen für y in Abhängigkeit von x da können wir jetzt genau das machen was wir eben schon gemacht haben wir bezeichnen einfach das Signal hier in der Mitte mit einer Hilfsfunktion zum Beispiel hier mit f von t und dann rechnen wir einfach also dieses f von t ist ja das Ausgangssignal von diesem Integrator und brauchen dann nur noch das Ausgangssignal y von t in Abhängigkeit von dem f von t auszudrücken wenn wir das f von t vorher schon ausgedrückt haben müssen wir das anschließend nur noch ineinander einsetzen und haben unser Problem gelöst also f von t können wir hinschreiben ist das Integral von 0 bis t ich habe jetzt die 0 schon eingesetzt weil hier bekannt ist dass das Eingangssignal 0 ist für t kleiner 0 deshalb darf ich das also auch hier schon hinschreiben und ich benutze hier den griechischen Buchstaben theta weil das tau was ich sonst gerne für die Integrationsvariable nehme weil das schon mit der Zeitverzögerung belegt ist deshalb steht jetzt hier das theta also da bitte nicht irritieren lassen also wir haben jetzt das f in Abhängigkeit vom x von t dargestellt jetzt müssen wir nur noch das y in Abhängigkeit vom f von t darstellen das wäre jetzt einfach da das ja ein Verzögerungsglied ist ist das einfach f minus tau und jetzt muss ich nur noch diesen Zusammenhang hier rein einsetzen beziehungsweise diesen Zusammenhang in dieses hier einsetzen das heißt also ich muss da wo hier das t steht jetzt t minus tau eintragen und schon habe ich den Zusammenhang habe ich y in Abhängigkeit von x dargestellt jetzt haben wir quasi hier auch wieder durch das y als eine Integral oder das System ist als eine Integralgleichung definiert jetzt hier und wir können hier jetzt auch wieder die Übertragungsfunktion das ist jetzt die nächste Aufgabe die Übertragungsfunktion zu bestimmen wir können das jetzt hier auch als bestehend aus zwei einzelnen Übertragungsfunktionen uns vorstellen wir können aber auch einfach die dieses diese Gleichung hier nehmen und einfach in den Bildbereich transformieren ja also einfach die Laplace Transformierte davon bilden und dann das auf die Standardgleichung y von p ist gleich x von p mal h von p zurückführen also wenn wir jetzt für dieses hier die Laplace Transformierte bestimmen sollen dann können wir ausgehen von der Korrespondenz x von t korrespondiert mit x von p die wir einfach annehmen an dieser Stelle und würden jetzt nach und nach mit Rechenregeln diesen Ausdruck hier entwickeln das hatten wir schon mal vor einiger Zeit gemacht wie das bei der Fourier Transformation funktioniert das gleiche geht natürlich genauso auch bei der Laplace Transformation das heißt wir beginnen hier mit dieser Korrespondenz und wenden zunächst mal die Regel Zeitintegration an hier ist ja genannt was da passiert das heißt wir können das direkt hier hinschreiben wir müssen das ganze das x von p mit 1 durch p mal nehmen wenn wir im Zeitbereich integrieren also das Integral von 0 bis t über das x von Theta d Theta korrespondiert dann mit 1 durch p mal x von p habe ich schon die halbe miete habe den ausdruck schon halb realisiert muss jetzt nur noch die zeitliche verschiebung hier oben in der in der Grenze berücksichtigen das geht mit der Regel Verschiebung im Zeitbereich und die besagt ja dass ich jetzt das ganze mit einer Exponentialfunktion mal nehmen muss sodass ich also wenn ich von hier Zeitintegration hier jetzt auf den Ausdruck jetzt die Verschiebung im Zeitbereich anwende auf diesen Ausdruck komme also von vorher nur noch mit e hoch minus tau p mal genommen und das muss natürlich jetzt mein y von p sein das ist jetzt mein Ausgangssignal was sich aber auch darstellen lässt als x von p mal h von p sodass also alles was in dem Ausdruck nicht x von p ist die Übertragungsfunktion sein muss Sie sehen ich mache das hier jetzt durch Koeffizientenvergleich oder durch Termvergleich ich teile nicht das eine durch das andere könnte ich natürlich genauso machen würde natürlich das gleiche rauskommen ja aber ich kann auch sagen ich vergleiche das hier und sehe dass das h von p gleich 1 durch p mal e hoch minus tau p ist ja also erster Schritt war eine Gleichung aufstellen aus der y sich in Abhängigkeit vom x berechnen lässt zweiter Punkt wir transformieren diese Gleichung mit der Laplace Transformation und zu guter Letzt vergleiche ich mit dieser Gleichung hier und erhalte daraus die Übertragungsfunktion alternativ dazu kann ich die Gesamtübertragungsfunktion ermitteln wenn ich die den Signalfluss Graphen also die Entstehung der Signale direkt im Bildbereich betrachte dazu nutze ich wieder hier meine Hilfssignal f von t was ja hier unten auch angegeben ist und wenn ich das jetzt im Bildbereich betrachte dann sehe ich hier f von p ist gleich x von p mal 1 geteilt durch p wenn ich das also wieder mit der Beziehung zwischen Aus- und Eingangssignal vergleiche dann erkenne ich dass das h1 von p gegeben ist durch den Faktor 1 geteilt durch p Das hätte ich natürlich auch aus der Formelsammlung aus den Rechenregeln bei der Integration im Zeitbereich ablesen können aber ich konnte es natürlich auch dadurch machen so wie wir es hier gemacht haben das Integral aufzustellen und da die entsprechende Bildbereichs Funktion zu betrachten Und im zweiten Schritt würde ich dann genauso das y von p auf das f von p zurückführen können dadurch dass ich das halt entsprechend der Regelverschiebung im Zeitbereich mit einem e hoch minus p tau term multipliziere sodass ich also hier ebenfalls die Übertragungsfunktion des Systems direkt ablesen kann Die Gesamtübertragungsfunktion ergibt sich dann aus der Gleichung im Bildbereich für das Gesamtsignal entsprechend ebenfalls wieder durch Vergleich mit der mit der Standardgleichung und da kann ich vergleichen und feststellen dass das die Gesamtübertragungsfunktion einfach dem Produkt der beiden Einzelübertragungen entspricht Wir sehen hier also dass es besonders leicht ist diese Übertragungsfunktion zu ermitteln wenn wir die Gleichung direkt im Bildbereich aufstellen wie hier oben geschehen Ja was ist noch die Impulsantwort des Systems das können wir so machen wie wir das vorher auch schon gemacht haben indem wir einfach hier den die Impulsantwort von diesem System hier mal bestimmen das kriegen wir dadurch heraus dass wir hier den Dirac als Eingangssignal benutzen dann kommt an dieser Stelle ja die Impulsantwort dieses Systems raus das hier war der Integrator also Integral von 0 bis t über den Dirac das ist einfach die Sprungfunktion das heißt hier an dieser Stelle haben wir wenn wir hier ein Dirac reinschicken haben wir an dieser Stelle die Sprungfunktion und wenn wir diese jetzt noch um Tau verzögern dann ist die Impulsantwort gleich u von t minus Tau also auch hier Impulsantwort leicht ausgerechnet wir können die Impulsantwort natürlich auch direkt aus der Übertragungsfunktion ermitteln sowohl für das linke System hier mit der Übertragungsfunktion 1 durch p was durch Laplace Rücktransformation mit u von t korrespondiert was genau der Impulsantwort entspricht die wir hier für das h1 von t ausgerechnet haben als auch für die Gesamtübertragungsfunktion die ja dem 1 durch p mal e hoch minus p Tau entspricht was wir wenn wir das mittels Laplace Transformation in den Zeitbereich zurück transformieren zu u von t minus Tau wird man sollte hier allerdings schon darauf hinweisen dass das Sigma gleich 0 im vorliegenden Fall nicht mit zum Konvergenzgebiet gehört wir können also die Übertragungseigenschaften bezüglich reeller Frequenzen Omega nicht angeben gut aber darum ging es ja hier auch nicht gut damit nähern wir uns dem Ende der Veranstaltung und wir nutzen das vielleicht um nochmal zusammenzufassen was wir bis hierher alles über die Systeme schon kennengelernt haben in der Systemtheorie wir wissen also dass wir das Ausgangssignal einmal durch Faltung des Eingangssignals mit der Impulsantwort erzeugen können dass es aber deutlich einfacher ist das Ganze im Bildbereich zu machen weil wir da wenn wir die Bildbereichskomponenten an die Laplace transformierten haben weil wir die dann nur multiplizieren müssen miteinander weil das die Faltung das bedeutet ja immer integrieren mit komischen Verschiebungen und so weiter ja und das hat man spart man sich wenn man das Ganze im Bildbereich macht da brauchen wir nämlich die Werte nur multiplizieren also die Funktionen also und wir haben dann Übertragungsfunktionen bestimmt einmal durch die Transformation der Differenzialgleichung einmal durch den Test von mit Eigenfunktion indem wir eine Eigenfunktion reingeschickt haben haben geguckt was kommt hinten raus und wir haben die oder man kann die Impulsantwort transformieren ja also erster Punkt das ist was man also das sollte sich hier so behalten das ist also man im Zeitbereich und im Bildbereich das Ausgangssignal berechnen kann Bildbereich ist das Gute weil sie hier multiplizieren dürfen Zeitbereich ist das Schwierige weil man hier eine Faltungsoperation durchführen muss und das ist ja der Grund überhaupt warum wir auf die Laplace Transformation übergegangen sind weil das da alles so schön einfach ist wir haben aber noch einen Aspekt kennengelernt wenn man jetzt die Hintereinanderschaltung von Systemen hat dann kann man die Systeme einzeln betrachten einzeln berechnen also hier das Signal was hier ist das ist x von t gefaltet mit h1 von t dann könnte ich hier eigentlich noch so Klammern drum machen und sagen okay das was da rauskommt das falte ich dann mit der Impulsantwort h2 von t ja und das kann ich dann auch so hinschreiben natürlich ist es im Bildbereich wieder deutlich einfacher im Bildbereich würde ich das x von p einmal mit dem h1 von p mal nehmen das wäre das Signal was hier rauskommt das würde ich dann nochmal mit dem h2 von p mal nehmen sodass ich die Gleichung hier so direkt hinschreiben kann ich kann aber auch aus dem h1 von t gefaltet mit h2 von t eine Gesamtimpulsantwort mir berechnen ja wenn also zwei Impulsantworten hinter zwei Systeme mit Impulsantworten hintereinander geschaltet sind kann ich mir auch die Gesamtimpulsantwort berechnen und die ergibt sich natürlich ebenfalls durch die Faltung der beiden Einzelimpulsantworten denn das kann ich hier im Bildbereich ablesen die Gesamtübertragungsfunktion ergibt sich ja auch als Produkt von h1 mit h2 ja das heißt also ich kann mir auch hier die Gesamtimpulsantwort als Faltung der ersten Impulsantwort mit der zweiten Impulsantwort vorstellen ja das können wir alles aus dem was wir heute gemacht haben entnehmen so wie wir gerechnet haben das geht alles schickt da alles mit drin dann gehen wir weiter was haben wir noch gemacht oder was kann man noch machen vielleicht muss man das so machen das haben wir jetzt vielleicht nicht alles unbedingt gemacht aber man kann die Impulsantwort natürlich bestimmen das haben wir heute gemacht als Grundantwort auf den Dirac-Stoß und man kann natürlich die Übertragungsfunktion zurück transformieren und was haben wir noch gemacht wir haben natürlich das Ausgangssignal schon bestimmt das war in der Aufgabe 7 mehr das Faltungsintegral haben wir jetzt selbst nicht berechnet das ist einfach so aufwendig dass es auch keinen Spaß macht und es für meine Begriffe nur einen geringen Mehrwert bietet wer will kann sich das ja in MATLAB basteln und das ausrechnen ob es da ob er da auf das Gleiche kommt ja und was man natürlich auch machen kann das Ausgangssignal berechnet Rücktransformation von dem Y von P das hatten wir auch in der Aufgabe 7 und in Aufgabe 6 glaube ich auch schon gemacht ja damit sind wir am Ende der Veranstaltung für heute ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Übung für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit